Also war es zumindest bei mir halt. Am Anfang hat es sehr lange gedauert, dann nicht mehr. Ja, aber habe ich nie Probleme gehabt, Park Bang Punk, deswegen check ich es nicht. Also ist alles wie immer, aber egal. Ah, das ist so weird, Freddy, dann. Hast du auch alles richtig gelingt, gehe ich jetzt mal von aus, ne? Oh, da unten ist ja Full House bei Pyr. Okay. Ist ja, Digga, er ist schon wieder World's Greatest Player halt, bin dead. Ich muss wirklich keinem erzählen, wie da alles. Mein Sinner finde ich ganz nice, Flicky Woller. Wir schenken dich zurück an die Front. Verstehen es dir. Pauli, danke für fünf verschenkte Subs, Mitleid Subs. Vielen Dank, Flicky Wolli. Mein Mann. Danke. Wieder loslassen, ne? By the way. Vier stack ranked Creeler haben mich gerade wieder gekillt. Hast du jemanden geschehen? Ich schieße unten. Ja, bitte. Sulte, 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 Tifo. No, la mina de merda. Oder ich kann wirklich, also ich bin jetzt am Ende meiner Kräfte, auch nach dem Tod wieder. Und wie die alle spielen, das ist so loslassen. Die sind so Passion Coms, Spanier oder so. 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 Quarkiert, gute Jagd! Ich habe den anderen, der mich zerstört, aber er ist zerstört. Ich habe den anderen, der mich zerstört. Ich habe den anderen, der mich zerstört. Bravo, bravissimo, bravissimo. Es gibt ein Freund, es gibt ein Freund, es gibt ein Freund. Ich habe mich auch gemacht. Oh Mann! Es ist halt eins von den acht Teams, die alles anspannen. Ich mache jetzt gleich das nächste Team. Nein, 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 nein! Hey, warte, warte! Warte, warte, warte! Ich habe den Kill nicht mal bekommen, weil der Warnie war von dem anderen Team. Einer ist noch in der Tanke, links. Einer sniped, weiter hinten. Bruder, da ist ja Full House bei dir. Noch einer gesniped von Leuchtturm. Er haut Prezi auf mich! Woher wusste der, wo ich bin? Oh, bin noch... Tret mal mit denen, warte. Die sind witzig. Oh nein, der kommt hoch. Oh, schade. Nicht mal, dass es uns vergönnt. Bisschen Spaß. Hm. Feindliche Übertragung entdeckt. Verschlüsseltes Signal bestätigt. Entschlüssele das feindliche Signal, die nicht nur die meisten Abschüsse erzielt. Aufschluss. Heinten ausgeschaltet. Verschlüsseltes Taktik-Karte. Wieder vor. Raudenius ist einfach AFP. Glaub ich aber noch... Ist aber, glaube ich, noch ein anderes Team, oder? Ja. Er ist jetzt hier oben auf dem Tower, glaube ich. Den habe ich. Müsst ihr eigentlich über mir sein? Boah. Dieser eine Shotgun ist auch so insane stark. Erleben noch sechs Teams, ne? Ja. Wow. Das ist wirklich insane, dude. Pordere Aufklärungsüberflug an. Achtung, es sind noch Truppmitglieder außerhalb der Sicherheitszone. Die Waffenkiste sind feindlichen Händen. Sie haben sie verhacht. Weil die Lobby ist schon wieder so loslassen, shit. Weil wir aimen halt auch für die Leute, die es nicht verstehen gerade, also ich zumindest, ich aim gerade halt, Juli hat sich das heute angemeldet, von dem her ist es bei ihm noch gerade ein bisschen egal, aber weil wir das trotzdem auch halt gute Runden haben, aber bei mir ist es halt so, ich muss halt eigentlich einen Win holen mit, keine Ahnung, 30, 35 Kills und viel Damage, so ist halt komplett loslassen in den Lobbys. Man merkt halt in den ersten zwei Gunfights, ob das überhaupt halt drin ist in der Lobby und leider ist es nicht drin seit anderthalb Stunden. Also nicht mal ansatzweise, so ist jetzt nicht knapp, sondern man merkt halt direkt, okay ist, keine Ahnung, ich mach halt, die Lobby ist erstens dead und die Leute sind gut. Also ist halt, geht halt nicht. Und das Schlimme ist halt, oder was heißt das Schlimme? Das sollte ja klar sein, das ist halt, ich spiele genauso wie gestern. Gestern habe ich jede Runde für 30, 40 Kills gehabt, weil gestern die Lobbys halt gegönnt haben. Ich meine, ich habe gar kein Problem damit, dass zwischendrin mal eine Sveti ist, aber halt seit anderthalb Stunden nur so in den Lobbys, das braucht halt nicht. Aber irgendwas stimmt halt auch nicht wegen diesem Naht strikt und so. Ich brauche das Gefühl, das ist der Grund, warum ich heute so extrem krass noch, also noch schlimmer sterbe als sonst halt, wenn da an diesem strikt liegen. Oh, egal. Wir haben die meisten Eliminierungen. Ich werde es überleben, Schatz. Oh, was ist das? Und wer ist das? Vergleiche. Raga, raga, ma ci stanno venendo, io lo sento, eh, infatti fai... Crackatour, no, raga, io spielo, raga, lo segnano, raga, io lo segno. Ok, dann mache ich zumindest ein bisschen Red hier im Spielchat, habe ich ein bisschen Spaß. Krekado, 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 Noob down, Noob down, Noob down, Noob down, Werf uns hier mit dem Pewty hin. Als. Krekado, Krekado. Das war's. Diese Breacher-Drone ist wirklich so insane stark. Vor allem diese Noobs, die werfen die einfach im Haus und das ist einfach immer Oney. Hier ist noch was, über uns, der ist so ein Ding, ein Viererteam, die sind hinten vor uns. Haben die gerade gekauft? Ne, sah nur so aus. Die holen sich Lowdown, die holen sich Lowdown, die holen sich Lowdown, oh mein Gott. Ich krieg den nicht, ich krieg den full nicht, ich raste aus. Der schießt aber mit Granatwerfer auf mich, der Kollege. Hä? Der eine ist einfach schon da. Zwei unter mir, glaub ich. Glaub ich auch, ja. Einer noch. Ich chop ihm meine Flares. Warte. Ich chop ihm meine Flares. Warte. Okay, dann nicht. Dann nicht. Guck mal. Guck mal, ich will ihm jetzt die Flares choppen. Guck mal. Dann hätte er noch Wurfmesser gegeben oder so, das wäre lustig gewesen. Dann wäre ich nicht mal sauer, dann hätte ich einfach Lust gelassen. Sera, Dankeschön für die 10 verschenkten Submarinos. Was ist das denn für ein Bug? Kann ich lieben? Hallo? Was ist das denn? Neuer Bug. Ich kann nichts drücken. Nichts mehr. Ich kann nur Scoreboard scrollen. Cool. Nice. Cool. Noch nie gehabt. Dankeschön, Sera, für die 10. Wir kommen mal in die 10-9. Sera, ich hoffe, du legst grad schön die Füße hoch und gönnst dir hier die Höllenlobbys mit uns. Johnny, AK, Luca, Cage und Ruxa Kaiko, danke euch auch noch für eure Resubs, Jungs. Bruder, ich kann das nicht wegmachen, ne? Jetzt. Ich konnte nichts drücken, ja? Oh, geil. Danke. Danke.